Servus Leute, ich komme ganz schnell mal kurz zur Sache und zwar habe ich ja bei dem Filmwettbewerb der Deutschen Post mitgemacht, wie einige wahrscheinlich schon mitgekriegt haben und es tut mir leid, dass ich euch so voll spamme, aber das ist für mich eigentlich eine verdammt coole Sache weil einfach so Filmwettbewerbe, so Wettbewerbe generell finde ich einfach saukool und ich habe da wie gesagt mitgemacht das Thema war, warum heute noch Brief und genau neben dem Jurypreis, auf den ihr nicht einwirken könnt gibt es natürlich noch den Publikumspreis, für den ihr durch Likes abstimmen könnt und das heißt, ihr müsst einfach nur in der Videobeschreibung auf den Link klicken und dann einfach das Video anschauen und wenn es euch gefällt, liken die Dislikes zählen eh nicht, also braucht ihr euch gar nicht die Mühe machen und ja, sie würde mich auf jeden Fall ultra freuen ich habe wirklich beim Dreh gemerkt, dass es mir ultra Spaß macht wieder so ein richtig großes Projekt und auch beim Drehbuchschreiben, dass mir das Thema einfach Spaß gemacht hat nicht nur jetzt das mit dem Brief, sondern auch so das Thema, dass ich mir Gedanken über irgendeine Frage sozusagen mache dass ich wirklich eine richtige Aufgabestellung sozusagen hatte werde ich wahrscheinlich in Zukunft, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe auch anwenden auf meinem Kanal und genau, da würde ich nochmal sagen einfach in der Videobeschreibung den Link anklicken, Video anschauen, liken wenn es euch gefällt und dann würde ich sagen, war es von mir man sieht sich, ciao